Wir haben hier noch 16 Eisen. Das könnte er theoretisch mal vorgreifen, bevor er den Rest macht. Na, Eisen sollte man sparen. Da haben wir nicht so rosig viel. Da ist noch 35. Da haben wir 35. Da haben wir ein paar Ingorts. Die Ingorts könnten wir mal rausholen dort. Und dort drüben haben wir ja eh nur den restlichen Schlöpfe. Nur Müll. Ich habe mal die ganzen Ingorts zu den Ingorts getan. So, hier haben wir noch das. Und den Hopper. Und noch ein Erz. Das heißt, das da hin. Das da rein. Und das da hin. Und da und dort und dies. Dann bin ich glücklich. Dann, ähm, das. Dann. Was fehlt? Küste. So. Und dann. Äh, was geht hier los? Nichts. Der ist langsam. Ähm, das. Hier braucht's. Aber wir haben Haus. Ich finde es gut. Wir haben Haus. Du hast oben stehen. Also oben schmilzt du. Oh Gott. Und dann das. Möbel das jetzt einfach mal. Weil wir es können. Hier platzieren. Anja ist eigentlich hinzugefügt, dass man knapp für oben platzern kann. Weiß du nicht. Weiß es nicht. Weiß ja S8. Oder was später. Das kann ich dir nicht beurteilen. Mir ist es neu, dass man plötzlich oben platzern kann. Habe ich dir auch extra gesagt vorhin? Ja. Was denn jetzt? Meine. Ja, mal testen, wer macht. Von progressiver Automatation, ja. Ähm, dann machen wir aber Eisen. Spitzacke rein. Damit kann man jetzt zumindest auch abfauen. Du hast das Ganze ja drüben reingetan, oder? Ja. Ohne Du. Also, Neat Kabel. So. Ähm. Was weiter und so. Äh, das... Neat Pigax. Ja, kommt gleich. Ich hoffe, der kann mit Eisen arbeiten. Nein. Scheiße. Ja, der ist Stein. Stein wahrscheinlich. Ja. Was kostet denn der nächste, der nächste meiner kostet halt Eisen, aber es wäre sinnvoll beim Eisen meiner nebenbei, da kann man es dann so abbauen. Da muss man am Abbau und bringt nichts. Auch ganz teuer ist und wehtut. Äh, dafür brechen aber noch Eis. Und zwar den hier, den hier, den hier, den hier. Äh, Block. Gott, Gott, wie teuer das eigentlich ist. Aber wir haben es ja. So. So. Ei. Shift. Du da rein. Du hast gesagt, er braucht Koppel. Wo? Ne. Oben links. Wo ist der? Der braucht noch eine... Taufe. Ähm. Da brauche ich jetzt gerade. Ähm. So. Wahrscheinlich auch Eisen, oder? Gehe ich mal davon aus. Ich glaube, er würde auch, äh, Stein nehmen. Ja, machen wir mal eine Eisen, dann haltet die ewig. Kostet man immerhin nur eine Eisen, also. Das verkraftet man, glaube ich. Man hat drauf an, wie viel Querwürfen. So, wir müssten da, weil ich glaub'n paar, äh, Booster reinduck, bevor wir da was machen, oder? Aber der hat eine Range von 1, das ist ein wenig, du? Ähm. Er kann ja erstmal anfangen. Ja, weil das ist blöd, wenn wir da runterbuddeln und dann nicht die Range haben. Bestimmt, dann wäre er unten, na, da war nichts. Äh. Progressive Scheiße, Gedöns. Ach Gott, ich hasse das. Etwas, der Eisen Upgrade, oder? Ja. Ja. Ja, ja. Da müssen wir ja mit einem Grund Upgrade anfangen. Ja, machst du das, oder ich? Naja, aber ein Upgrade ist schon mal ein Upgrade. Ja. Ähm. Machen wir also nur eins. Ja. Warten, Eisen, hab ich verhalten, du brauchst. Liegt in die Kiste. Ja, wir brauchen einen Stein. Ähm. Da ein. Cool, wir können zwei aufmachen. Man Eisen, haben wir noch ein bisschen. Ja, nehm erstmal raus. Ja, warum nicht? Dann. Ach, komm. Na, so. Und wie viel erhöht er das jetzt? Das bringt dann wie viel? Und das wäre eins. Ein Range. Also, mach noch eins. Dann haben wir... Dreimal dreimal. Ja, mal mehrere machen. Wir haben jetzt wenigstens dann schon mal ein paar aufsteigen. Immer ein Stein, das kostet uns ja jetzt nichts. Das ist Holz, da haben wir genug rumstellen und das andere ist halt das... Oder so, aber halt kein Stein. Ja, schon mal durchschmelzen. Ja, schon mal durchschmelzen. Wenn da baust. Wenn da baust. Okay. Ja, aber irgendwie macht's klar keinen Sinn, weil der Damage geht ja wie schnell runter als oben das Mining-Level... Achso, das Mining-Level tut sich nicht und ich aktualisieren. Spitzhack ist schon. Der Unterschied. Entschuldige, dem nicht. Dass er den Status nicht aktualisiert. Welchen Status? Was macht er denn, wenn... Nein, den Status oben. In seiner Anzeige. Bei mir steht 72, 73, bei mir aktualisiert er. Ja, bei mir bleibt er bei 71 stehen. Jetzt wird er aktuell sein. Wahrscheinlich, wenn wir beide drin sind. Kann sein. Dann tut er nur bei einem. So, was passiert denn jetzt, wenn alles? Dann braucht er noch ein Kabel. Super. Der Junge macht dann fertig. Das Problem ist halt, du hast immer so viel Kabel her. Frei ist halt, wie kann man ganz schnell... Also wir bräuchten halt einen Kabelstone-Generator, nur... Frei ist halt jetzt... Wir haben ja irgendwas, was halt abbaut. Blockbreaker. Blockbreaker haben wir ja. Wir haben ein Problem mit Blockblazer. Genau. Blockbreaker. Können wir den von Random Things zum Beispiel nennen. Das muss er aus. Das heißt, wir müssen mindestens zwei Eisen-RZ kriegen, damit sich das auszahlt. Ein Hammer, zwei Hammergut hat ja ausgeteilt. Vergiss die Upgrades nicht. Ja, aber mindestens zwei, damit sich der Durchgang auszahlt, weil ja die Spitzakt ist. Äh, wo haben wir ein Kabel. Der braucht Kabel. So, was macht der? Der macht ganz fröhlich vor sich hin. Weiter. Schlafen gehen kann man immer nicht, oder? Doch, jetzt geht's. Wirst nicht schaffen. So. Okay. Ähm, so. Ich mag das nie austesten. Achso, er tut's einfach ohne Ritz und Signal automatisch. Ja. Okay, läuft. Tut er das irgendwo auch hin tun, packen? Ja, die Frage. Naja. Es juckt den nicht. Naja, du kannst ja zubauen und dann unten, hoppa. So, bräuchten wir trotzdem Lava. Ja, Lava kriegen wir ja drüben in das Armine. Wir bräuchten halt irgendwas sicheres, weil das Holz, das Haus besteht aus. Ja, du kannst ja draußen irgendwo bauen oder unten, einen Keller anbauen, keinen Keller anbauen. Ich kann ja hier noch in den Keller, weil das Ding braucht, der im Endeffekt. Aber. Haben wir irgendwo den Eimer? Da ist ein Eimer. Wasser haben wir, ich gehe da aber organisieren. Kann ich unser Haus einfach einen Block anbauen, wenn er eigentlich sinnvoll ist. Weil sonst müsst ihr immer mit Items wieder hoch und das ist unser Problem. Also, wir müssen ja im Endeffekt irgendwie hier unten rein. Ja, ich glaube, das braucht nicht automatisieren, das hat Kämpfer. Wir müssen den E-Balt umstellen. Das müssen wir nicht immer wieder umstellen, da braucht nichts irgendwie automatisieren. Einfach hoppa und dort reingeklascht, fertig. Du mal einfach hier halt ein wunderschönes Portal und da eine Kiste reinstellen. Was ist das? Alter. Ja, das hat mich auch gerade begutachtet. Bleib hier draußen, du Vieh. Bleib hier. Halt her. Bleib hier, du Vieh. Was ist denn das? Das weiß keiner. So, jetzt kann ich gehen. Das Monster hat mich aufgehalten, dass ich nicht raus konnte. So, jetzt gerade die Panik meines Lebens. Ja. Das sind halt die... Oder schreiben sie das so in mein Tagebuch. Special Monster. Panik meines Lebens. Präsentiert von und mit Sascha. Die Bartel. Sascha, die Bartel. So, wir gehen mal runter. Irgendwo da unten war ja da aber. Zimmerfischer sind hoffentlich schon weg. Ja, falls unser Haus abvergelt ist. Dann bist du dran. Bist du dein nächster, der abvergelt. Ich kann sie sehen. Also hier entlang. Und dann da rechts. Hier entlang und hier sehe ich sie schon. Einmal hier ein Lerber. So, Ausgang war ich glaube hier drüben, oder? Ne, das hat mich schon wieder verlaufen, oder was? Ne, doch hier. Ich verlaufe mich hier unten in meiner Mine. Und auf einmal deine Mine. Klar, doch, habe ich die meiste Zeit gemeint da unten. Aber eigentlich haben wir doch auch Steinslabs. Naja, lass mal so. Das hat sehr merkwürdig, was ich hier gebaut habe. Oh, cool. Na komm, Junge. Braucht ewig daraus. Oh, hier liegt was. Was ist drin, was ist drin? Müll, Müll. Oh, ist drin. Ach, in mein... Ähm... Lootback. Also sieht jetzt nicht grad schön aus. Es soll schön sein. Dann muss ich's umbauen. Da auch ein Lootback. Bio, irgendwas, Apfel, ne Schiene. Traumhaft. Wie gesagt, die Alten müssen ja nicht... Ja, okay. Du machst das schon. Einfach noch ein, zwei, drei, so ne Passt, das alles. Ähm... Viel zu eng. Was hast du da gebaut? Achso, ne kleine Kiste. Kannst du nicht. So, mein Lava. Ist da. Aber Block kommt da hin, dann kann es auch da fließen. Gut. Wir müssen halt aufpassen, wenn wir den Server verlassen, dass... der Kapostone gerade ausgestaltet wird, gell? Da lädt ihr eh grad aktuell nicht. Hab ich glaube ich schon eingestellt. Gerade eben. Du musst halt drüben dann deine Chunks noch löschen. Wer die mal. Wenn du mal wieder drüben bist. Beide Hopper wäre nicht schlecht. Na gut, wir könnten ja den ja drüben klauen. Komm her, jetzt. Ah, er ist immer noch fertig, oder was? Moment mal. Soll ich das bitte vorziehen? Kann ich nicht hier in die Zwischensplotte irgendwas reinschmeißen? Ach, dein Kack drauf. Ach, dein Kack drauf.